Und weiter geht's Far Cry 5 Ist am Start Und wir legen direkt los mit ultra krassen Hardcore-Geschichten Und zwar haben wir hier nur noch diese eine Hauptmission Diese Dinger zu zerstören Und da habe ich aber keine Markierung, keine gelbe Zerstöre die Drogentrucks und zerstöre die... was war's? Die Drogenboote Ich weiß nicht Wo überhaupt, steht bestimmt dabei So weit, dass ich gehe Von Edensgate Warum hat die Mission eine kleine Beschreibung? Ne Warte mal, was ist das hier? Belohnung, das ist nur die Belohnung, okay Mich hat da schon ein paar zerstört Aber ich hatte noch nicht so viele Die Trucks und die Dinger müssen wir zerstören Wir nehmen uns den Widowmaker Und werden diese Mission nebenbei natürlich eben aktiviert lassen Aber hauptsächlich jetzt Um uns hier so eine Farm Um diese Farmen kümmern und die einnehmen Die ganzen Außenposten Denn dann haben wir wiederum mehr Plätze Wo wir uns hin und her teleportieren können Wenn wir die dann einnehmen Und ja Und deswegen machen wir das jetzt gerade mal Zick zack Äh Schlippel ab Wir nehmen natürlich den Widowmaker mit Ähm Andrew Andrew Ich fahre Ich fahre Dann bist du ruhig Andrew Dann glaubst du dir hat irgendjemand zu? Andy? I don't know I don't think so Nein Nein Schon wieder wollte er weglenken Du hast recht Lenk weg Gib alles Super Das Wasser steigt John Seat John Seat und seine Schergen Haben fast unseren gesamten Treibstoff abgezapft Kannst du ein paar Tankwagen von Eden Skatekapern Und nach Falls End bringen Bevor es richtig ernst wird? Sicher Damit hältst du sie auf Und uns am Laufen Andrew 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 du ertrinkst Andrew 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 Der ist so bescheuert Der Kerl Andrew Kuck mal merkst du nicht Die Strömung und so Komm Ich helf dir Chill einfach Chill einfach weiter Ist schon in Ordnung Ich weiß gleich Muss ich dich aufheben In dem Teil 300 Meter entfernt Weil du ja weggetrieben wurdest Achso Der Herr Aha Deputy Oh Ja Kann ich machen Ja dann machen wir Das zuerst Dieses Tritt aufs Gas Kriege ich dir wenigstens angezeigt? Kriege ich da irgendwas in der Nähe angezeigt? Ich weiß dass man Dass die Sachen einfach so rumfahren Aber irgendwie ist das trotzdem Ich will zumindest einen ungefähren Peil haben Wo ich denn jetzt hin muss Schwierig Wo ist die Geisel? Genau So Zack Und zack Hallo Oh Gott Deine Augen Sorry Ach fuck Hey Nein Nein Du hast kein Hopp Du hast keinen Konflikt Komm her Bitte Komm Jetzt aber Wenn ich nicht so einen Schiss Vor den Peggys hätte Würde ich Big Mike's Karre klauen Und hier abhauen Er hat sie irgendwo Dahinten beim Getreidesilo versteckt Fuck Ich bin raus Okay Ich will ihn gerne schlagen Den Kerl Einfach weil er Weil er mich wieder abgefuckt hat Weil er nicht direkt gelabert hat Der Holzkopf Was ist das hier überhaupt Was haben wir denn da Wer sieht uns hier gerade Ist da oben jemand drauf Oh ja Ähm Ja das wird ein Spaß Hä Das ist den Leuten jetzt völlig egal Ähm Ich glaube den ist gerade Leute Und die Peggys sollen angeblich Irgendwie krass am Start sein Wohl kaum Die lassen den einfach wegfahren Ja gut so ein Truck ist ja auch nicht so teuer Jetzt kommen sie angeschissen Wie die Altfassnacht Aha Der Schauflexpert ist da Ich bin der Schauflexperte Oh Gott Fuck Ah Etwas late Oh die Frau ist gestorben Ist aber nicht meine Schuld Achso doch Das ist irgendwie blöd jetzt ne Hallo Die Mucke Bye bye Ähm Ja das mache ich natürlich auch nebenbei Diese Mission Ich würde jetzt schon gerne wieder Diese einen verfolgen Die wir an hatten Das zählt da auch noch mit So eine Story Mission Okay Die werden wir schon einfach so finden Nehme ich an Da die Farm Wo sind die Farm Da ist sie doch Komm Steig mal auf alter Komm her Das geht's Jetzt rasten wir aus Und zwar mit einem Übersprung Boah Was für ein krasser Stuntman alter Gleich sind wir Oh Warum steht hier einer mit einem Flammenwerfer auf dem Feld Was soll das Hallo Leute Wir sind da Wir chillen uns mal runter Ist er jetzt gestorben Nee oder Die Sunrise Farm Warte mal Andrew 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 Wir werden gesehen Ja Ja ich seh sie Oh die haben da einen unbewachten Mörser Das wär natürlich auch lecker Oder Das ist ja cool hier Pass mal auf Ich glaub ich geh kurz zu dem Mörser Und schieß einfach mal voll in die Leute rein Hat der da nicht auch Bock drauf Warte mal Den machen wir mal weg So Jetzt hat sich's nämlich ausgemörsert Da sind auch noch Leute Oh Oh Ich will das Ding immer So blöd ausschalten Ähm Geht's ihm auch zu gut Oh no Wer war das denn jetzt Was Stellung Hier Oh oh Andrew Ich kann den Ich kann den Wow Der ist einfach in die Hüft geflogen Irgendeine Keine Ahnung warum Okay Ich kann mir den direkt mit der Old Steam Ja Schon erledigt Locker Andrew hat den einen da oben gemacht Und ich alle anderen Ich frag mich nur Wer gerade die Explosion hier einfach mal gestartet hat Mitten Auf dem Hof Der eigentlich vor Frieden nur so strotzt Ja Oh naja Yeah Oh voll der Schöne Guck mal da was es da alles gibt Ach Gott Das ist ja eine ganze Das sind ja ganz viele Leute hier Bleiben wir jetzt gleich hier doch liegen Ja So Herrschel ist denn schon lecker Lecker schmecker Danke schön Oh Ah Tschönen die Oh Der ist natürlich super scheiße Wenn die nicht geht Ich dachte Kriege ich einen Aggress Wenn ich sowas her Ach Gott Kriege ich doch Hab ich eben echt Bin ich kurz ein Stück geflogen Da bin ich glaube ich Danke Schön gell Äh Dann haben wir die Woche die Ernte beschleunigen John muss bald einen Konvoi losschicken Also sollten unsere Körbe bis dahin bereit sein Vergesst nicht Unser Überleben hängt davon ab Dass wir den ganzen Proviant vor dem Kollaps Sicher in Johns Bunker bringen Ihr habt also einen Bunker Was habt ihr denn hier oben Aha Hat Fatih wieder das Ding gefunden Ja Ist auch noch besser wie mit dem Mit der Torch da Würde ich mal so behaupten Geht einfach noch schneller So Ich denke in jedem In jedem Stützpunkt gibt es Gibt es genau diese Ja Kannst mir hier zur Hand gehen Ja Ja Okay Und dann darf ich mich überkommen Dank dir kann ich wieder Ein Freund von mir hat sich Ein Bewässerungsbecken verschanzt Damit die Sekte nichts ins Wasser kippen kann Vorräte gibt es genug Aber ewig wird das nicht gut gehen Okay Aber das machen wir jetzt nicht Denn wir machen jetzt die Die Dinger Die Rohre Da hinten ist eins Das holen wir Was ist mit dem los? Warum schleicht der? Hey 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 Bist du dumm? Jetzt fährt er mit dem Rohr weg Das ist doch echt ein Scherz Irgendein Zivilist fährt mit dem Rohr weg Das Spiel ist echt so herr Wow Das Spiel ist so herrlich Verpackt Das ist geil Es passiert einfach was Es passiert einfach richtig viel Musst du jetzt mit diesem Scheiß Rohr wegfahren? Truckvögel Stehen geblieben Alter Der fährt echt mit dem Truck weg Der muss jetzt den Zivilisten killen Oder bringt der das Scheiß Rohr Gerade her? Wir sind gerade unschlüssig mit dem Hallo? So Was ein Arsch Was eine Guck mal So Ja Oh Gott Leute wartet Hört auf Der ist gar nicht so Ähm Ja gut Den habt ihr jetzt umgebracht Das heißt nicht Das ist Das ist nicht meine Schuld Hey Süße Hey Hallo Mama Habt ihr auch gerade Ein Mann umgebracht? Ja ja gerade eben Ach schön Schön Da oben hängt ein Rohr Oh Ne Leck mich doch Alter Das ist doch nicht wahr Wo ist das andere? Das Echt ein Scherz Das ist echt ein Scherz Das fliegt weg Und fliegt in die Luft Vielleicht komme ich mit dem Truck da dran Wenn ich dann springe Flugzeuge und Suchtrupps Die habt ihr aus Bescheuert ey Boah ist das hoch Das ist so hoch Ich muss mich da irgendwie hochbauen Radio Hör auf zu spielen Vielleicht komme ich von der Scheune Vom Dach Gerade da dran Gerade so Das wird nicht reichen Vielleicht kann ich auch Auf diesen Stein drauf fahren Das könnte klappen Ne Nicht wirklich Ach Dieses Buggy Game Ja Ja Ich habe es einfach aus der Luft heraus geschossen Weil es hing ja eben in dieser Luft drin Dieser recht festen Luft Ging es drin Ach Das ist so ridiculous Ähm Danke Ah Da ist er Alter Bärchen Hörst du mal auf Der macht einfach Rambazamba Hier in dem Feld Naja Ein Bär So So läuft es nämlich hier Einfach ich auf dem Bau bin Und laufe dann super noch mit dem Wasser Lecker Ach So Und los geht's Ja Ja Optimal Okay Das war ja eine recht angenehme Kleine Aufgabe Aber wir brauchen was Großes Wir brauchen noch was Großes Ohne was Großes will ich noch nicht Will ich noch nicht ins Bett geben Ah das ist so ein Truck Den ich mitnehmen muss Schnell Ah 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 Da ist der Bär Der ist so bescheuert Der Bär Er fährt eigentlich schon dahin Boah Oh ist das Ding Ah ne da vorne fährt er So Das müsste jetzt einer von den Drogentrucks sein ne Ne Einfach nur eine Ladung Aber trotzdem ist es einer der gezählt wird Das geht da super Okay warte mal Ähm Klopp Und da ist er down Wir bremsen den Ding mal aus Oh Was Ne Das glaube ich jetzt nicht Ich bin gestorben Weil der Truck auf mich drauf gefahren ist Also wir könnten es noch schaffen Wenn Andrew jetzt etwas schneller kommt Eben ist er echt fast auf uns zugekommen Ich klammer mich hier ins Leben Ja 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 Komm Äh Entfernt sich Okay Andrew Ich war jetzt noch der Boomer Der wäre jetzt sofort hier Und wird uns retten Das ist echt bescheuert Komm Auf Andrew kommt Der kommt nicht näher Nee Der kommt nicht näher Der verschwindet sogar Richtiger Pisser Nee 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 Super Jetzt hätte ich endlich so ein verkacktes Ding gehabt So ein LKW Und dann überfährt er mich Ich wollte ihn nur ausbremsen Das ist doch wirklich Also ein verschissener Scherz Aber naja Hey Bleibt cool Eure Sünden werden schon noch Sterben Alles ist gut Hey Bruder Hey Bruder Du Vogel Wegen euch Habe ich den Den verkackten Transporter Nicht bekommen Ich sah Kackte Musik Ja hab ich Ja Mach recht Oh da ist jemand Vermisst Oh Gottes Willen Fuck Was bist du? Bist du ein Bösewicht? Sorry Okay Komm den kriegen wir Den kriegen wir Stirb bitte 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 Auch von der Seite auch noch Andrew liegt Sehr schön Gut gemacht Es klappt ja hervorragend Ja Andrew schnell 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 Dass du mal mitballern kannst Ich muss mich dann direkt hier verpissen Ich sterb gleich wieder Oh im Gottes Willen Äh Warum ist Ja hier ist ein Scharfschützer Andrew Andrew Ja heb mich auf Danke Zurück in den Kampf Und wir gehen Bye bye No worries Ne Passt schon Alles gut Alles gut Hat erledigt Was für ne Kacke Okay das sind beides Aufgaben Die Äh Sich von alleine praktisch erledigen Während wir hier rumspielen Hopp Andrew steigt ein Und er ist drin So Bye bye Ja da ist noch ein Truck Perfekt Äh Boom Komm schon Ja Truck der Plünder Zählt das jetzt auch Zählt das jetzt auch irgendwie Hat das jetzt hier reingezählt Zerstöre die Drogentrucks von Eden Skate Und die Drogenboote Ist es jetzt auch gleichzeitig ein Drogentruck Ich hätte gerne dass die Waffe rausfliegt Genau weil ich jetzt gleich diesen Truck in die Luft spreng Und zwar mit dem Rocket lande Drei Zwei Eins Okay Das ist einer von uns Okay alles cool Alter was sagst du Was sagst du zu unserem Zu unserem armen Boy Was glaubt ihr wie weit Wie gerade die fliegt Ich glaube die Die hatten keinen Drop Nicht wirklich Sieht sehr sehr gerade aus Ob wir mal so eine Kuh schubsen Okay Ist hier irgendwo noch ein Ziel Haben wir irgendwo noch Was ist wenn wir in den Wald reinballern Brechen Gehen die dann kaputt Können die umknicken Wäre ultra cool Oh Da hab ich ja beim perfekten Treffer gelandet Glaub ich Äh warte mal Was ist jetzt los Der ist dann weg Da hier Ja so Komm wir gehen weiter Andrew Boy Wir müssen jetzt in die City Ich muss das richtig markieren Mit einem Rechtsklick Und dann werde ich doch gescheit hingelotst So schnell kannst du gar nicht gucken Äh Liga Schmecker doch So schnell kannst du gar nicht schauen Andrew Nicht mal halb so schnell Irgendjemand passt auf mich auf Ja ich Irgendjemand sagt Der ist schon fast frech Wow Aha What do we got Hey Bitte bekomm einen Platten Jawohl Einen Platten haben wir schon geschafft oder Alter sind die schnellen Bye bye Eben hat ihn doch so einen krassen Totenkopf Jetzt sind sie weg Wie stimmt Funktioniert Geklappt Achtung Ganz chillig Ohne dass jemand was merkt Geh mal hier rein Oh fuck Was ist das für ein Für ein riesen Außenposten Ist das für ein Öldampferding da Na ich seh es Es sind überall Kultisten Mit ihrer scheiß Musik Okay Der da oben scheint ziemlich allein zu sein Jetzt kommt da hinten einer Ja das hat er natürlich gesehen Klar Oh Musst du das jetzt tucken Oh oh Ich schmeiß mal ein Steinchen dahin Oh da kommt einer hoch Okay Achtung Grenata Wir wurden entdeckt Vom Sniper Hab ich nicht gesehen Jetzt könnten die halt echt Dinge Alarm rufen Haben sie schon Ja komm mit Bye bye Im Namen des Vaters Oh nur Munition Wow Ein Backflip macht davor Freude Heilig hingekillt Oh Gott Noch mehr Noch mehr Null Munition Befehle der Sekte Das Blizz gedeiht Im Osten Es wird Zeit Es im Tal einzuführen Über den Fluss Kriegen wir regelmäßige Lieferungen Und wir haben uns Silos In der ganzen Region angeeignet Um unseren speziellen Dünger einzulagern Passt aber beim Befüllen der Silos auf Ihr wisst ja Wie empfindlich Blizz auf Hitze Reagiert Joseph Wird so stolz auf uns sein Ach du Kacke Ach du Kacke Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab null Munition Und will an diese Verfickten Dreckigen An diese scheißblöden Stangen kommen Und kriegst sie nicht Kriegst sie nicht in die Hand Weil ich erst dieses dumme Menü öffnen muss Dafür gibt's bestimmt auch Ja ist toll Dann bist du down ne Nice Dafür gibt's sicherlich auch schnell Beschnelltasten Hier Bam Ja ich hol dich Warte kurz Ich hebe dich auf Ach du Scheiße Der ist direkt hinter uns Mit dem Raketenwerfer Bitte nicht hier reinschießen Hallo Na ja Schädelbruch Hallo Boah Ja mach ich Ich seh nichts Ich seh nichts Ich kann nicht rausgucken Raketenwerfer Geil Oh oh Ich kann einfach hängen Oh Um Gottes Willen Der hat nochmal auf uns geschossen Der Kerl Ich hol ihn gleich weg Also den Raketenwerfer Kerl an sich Oh fuck Oh Andrew 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 Komm her Oh Gott Will ich jetzt am Fenster zu sehen Bin ich weg Komm mit Andrew Schnell 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 Lauf weg Lauf weg Lauf weg Lad erstmal alles nach Und lauf weg Andrew Das ist ein Monsterfight hier Eigentlich bräuch ich für sowas Auch eine Schrotflinte Oh fuck Boah ich hab euch nicht getroffen Laber nicht Komm schon Komm schon Ah fuck Stehen geblieben Ich brauch einen Raketenwerfer Kann mir vielleicht jemand einen Raketenwerfer reinbringen bitte? Bam Zack Hab dich im Visier Und noch einen Okay Ist er weg? Ist er weg? Ich hab der ist weg Ja Klingt so Kommt mit der scheiß Musik her Ich glaub wir haben es echt geschafft Oh je Er hat eine Karte Zack 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 Aus mit der verkackten Musik Hab keine Zeit jetzt für Ja Das war heavy Das war echt ein krasser Fight Wirklich cool Dass uns der Andrew so easy aufheben kann Er geht einfach mitten in dieses Getümmel rein Und hebt uns auf wie so ein Held Aber gut Wir sind halt auch ein Held Und von daher muss er uns ja auch aufheben Klar Morgens Stopp Halt stopp Ist das so Okay Elch Also ob Ich mach den mal an Ich mach den Elch mal an Und verkaufe das Zeug Also ob Schreit da rum Der Töten Wir brauchen Munition leider für alles Ja Da teile ich gerne An die 700 Kann man schon mal ausgeben Ähm Ich hätte schon langsam Bock auf diese Ultraschaufel Äh Wieso das Wartet mal Wartet mal Wir können doch bestimmt was mit dem Bogen machen da Boge, boge Schmacki Fanzer Aha Was ist denn da Was haben wir denn hier Okay wartet mal Aha Die Verringer hat Schwanken Das hier macht nur Das macht mehr Genauigkeit Und mehr Bessere Handhabung Äh Weniger Handgap Verringert Schwanken Und verbessert Genauigkeit Für echte Jäger Nicht für mächtige Imposer Das hier Und verfügt immer Empfänger jetzt besser Ja das hole ich Was gibt's hier noch so An Skins Das ist der Standard Welcher ist der Standard Skin Die hier Der sieht cool aus Aber der rote sieht auch Richtig cool aus Oder Was haben wir jetzt gerade für einen drauf Ich weiß Das kann ich großartig gucken Diese Waffe ist leicht zu benutzen Aber schwer zu meistern Du findest sie bei Straffälligen Jugendlichen Jägern Und Guerillatruppen Die Schleuder Gegenstände Ach ja das ist einfach der Schotter Okay das passt Ähm Ja kaufen wir natürlich Ja klar So Schön die Karte Für die Filmstücke gebraucht Aber die haben mit dem Dünger Tonnenweise Sprengstoff hergestellt Vielleicht können wir den ab jetzt Für unsere Zwecke nutzen Vielen Dank für die Mühe Deputy Aber vielleicht tust du mir einen Gefallen Und ähm Lüftest deine Klamotten mal kurz durch Ich werde mich das nächste Mal in meiner Kirche besuchen Bäh Hab gehört die Sekte hätte bei O'Hara rumgeschnüffelt und versucht ins Haus zu kommen Das kann nur einen Grund haben Vorräte Lass sie uns zuerst finden Das ist jetzt so ein Truppentransporter. Oh, sieht das cool aus. Was, Entferungsmesser? Wo? Wo ist jetzt da der Entferungsmesser dran? Also ich... Das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool, das Teil. Moment, wir haben jetzt hier noch gar nicht die Dinge gefunden. Die, ähm... Ihr wisst schon, die Kiste. Die öffnende Kiste. Ja, ja, ja. Was ist ein guter Platz zum Schießen und Klappe halten? Aha. Geht's jetzt mal rein? Ah jo. Komm, hier ist doch bestimmt irgendwas zum Holen, Leute. Moment. Ich hab das jetzt eben aufgehoben. Vielleicht weiß ich jetzt, wo der Ding ist. Arcade-Poster. Versorgungsfahrzeug der Sekte. Was ist denn noch mal die Mission? Drogenfahrzeuge der Sekte, ne? Äh, Drogenboote und Drogentrucks. Hallo, Versorgungsbitch. Na ja, gut. Die Folge ist jetzt eigentlich eh so gut wie rum. Ich guck jetzt noch nach diesem... Nach dem Secret, praktisch. Hier in dieser komischen Seegemühle. Also hier oben ist es scheinbar nicht. Da oben drauf könnte es sein, aber da ist es bestimmt auch nicht. Da drin könnte es sein. Das ist ja meistens irgendwas, wo man jetzt nicht so direkt hinkommt. Wo man erst mal hinklettern muss oder so. Ja, schön, gell? Schön, schön, schön. Wo könnte der Scheiß sein? In dem kleinen Kammhof da vorne? Ne, ist bestimmt zu. Ist da hinten was versteckelt? Hier zwischendrin? Ne. Ja, ich weiß. Du weißt es immer. Du bist halt auch ein guter, ne? Bist du ein guter, geil. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Öh. So. Na, komm doch her. Ich bin hier in meiner Basis, Alter. Wir ballern alle auf euch. Bin gelaufen. Bye, bye. Alter, ist ihr Leben noch? Ich dachte, die Boys und Girls rasten jetzt hier richtig aus mit allem, was sie haben. Ja. Bye, bye. Was ist los, Hundi? Nachladen. Scheiße. Und zwar sofort. Oh nein, das ist in den Truck gefallen. Oder auf zu dem Truck hin. Ich denke, es ist doch hier. Es ist hier irgendwo versteckt. Ist da oben? Hier hinten. Ne? Hier dann auch nicht. Naja, egal. Scheiß drauf, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschetschi.